Verwirrung plus Mischung aus Fiktion und Wirklichkeit ergibt Spannung. Heimtemtem, heimtemtem, schmürbrüht, heimtemtem, schmürbrüht, heimtemtem, heimtemtem. Ja, hallo meine Fotzebärchens und... Es ging ja leider gut erstmal, ne? Du warst wieder gierig, ne? Prostata. Ich hatte ja, du hast nicht mit meinem Schlitten hier hingekommen. Sofern nur, dass ich vorne angespannt war. Ja, herzlich willkommen zu unserer Weihnachtskoch-Sendung oder besser Backsendung. Ja, dann zieh ich mich doch mal um, was? Feierlich. Schön, ne? Wo warst du denn eigentlich wieder? Meine Eltern kamen auf die lustige Idee, drei lustige Weihnachtspullover zu kaufen vor ein paar Jahren. Ich glaub, da war dieser Trend schon 20 Jahre vorbei. Aber die dachten sich, bestellen wir mal aus dem Internet. Ja, seitdem hab ich den an. Seitdem hab ich den an? Zieh dann mal ein anderes T-Shirt runter. Mit Bommel. Willst du mal mein Bommel? Äh, ja. Wow! Was machen wir heute? Heute machen wir... Kekse! Ja, Kekse, Vanillekipfalen. Was, 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 was? Aber nicht mein Hausrezept, sondern das Hausrezept von der Regie. Ich muss mal ping machen, dann erklär ich euch, wie das hier heute laufen wird. Ich mach schon mal Musik. Ich mach schon mal hier. So, nachdem die letzten Sendungen immer chaotischer wurden, ja, und ich mich hier durchmoderieren musste, so Moderation des Todes mäßig, hab ich mir gedacht, nö, heute mach ich mal die Regie, geh hinter die Kamera und dann müssen wir die Regie nur herzaubern. Ja, geh mal her, du bist doch der Morph... Morpheus, äh, Morph... Ja, und weißt du, du hast doch extra einen Zauberstab dabei. Warte, brauche ich einen Spruch nach. Ich weiß es nicht. Ich mach mal. Ping, ping! Was? Ja, wie, was? Guten Tag! Ja, guten Tag! Ein Zauberstab! Soll ich denn mal öfters ausprobieren, weißt du, wenn der Minister zu besoffen ist oder so, dann mach ich so ping ping. Dann holst du mich einfach. Ja. Genau, dann machen wir weiter. Ja, was sagst du, es wird gebacken. Ja. Wo kommen denn diese Vanillekipferl überhaupt her? Weißt du was? Ja, wer hat das denn jetzt erfunden? Ja, aber ich mein, was ist das? Schiff, guck dich! Was Süddeutsches? So Kipferl hört sich ja schon mal Süddeutsch an, oder? Ich will auch sagen, irgendwie sowas. Ich hab keine Ahnung. Ja, ihr müsst das ja jetzt moderieren. Ihr müsst euch ja jetzt vorbereiten. Okay, ich weiß nicht, wo sie herkommen. Ich habe mich nicht darüber informiert, weil ich bis gerade gar nicht wusste, dass ich heute hier sein werde. Bis vor drei Sekunden, von daher... Wo war's denn? Ach ja. Ja. Ihr habt zuhause gebacken, Vanillekipferl. Ja, dann. Das ist ja super. Jetzt war das andere Zeug mitgebracht. Ne, ich sag ja hier schon was. Ja, aber du kennst dich auch. Ihr habt das ja richtig gut vorbereitet, Mensch. Ja. Das sieht aus hier wie... Wir haben das in Kleinstarbeit abgewogen. Ja. Bestimmt alles Gramm genau. Wahnsinn. Und das sind zufällig auch die Zutaten, die ich zuhause benutzen würde. Ich bin... Es ist ja... Der hätte ja auch so einen Zauberstab benutzt. Vielleicht. Ja, weiß nicht. Vielleicht hat er auch irgendwo Kameras aufgenommen. Ich zauge mich mal so rein. Wann wurden die denn das erste Mal gebacken? Du weißt das auch nicht. Von wem? Weißt du? Du bist aber manchmal ein ganz schönes Arsch. Du weißt ganz genau, dass ich sowas recherchiere und dann hier unten einblende. Da hab ich jetzt eigentlich gar nicht dran gedacht. Aber jetzt wurde es los. Obst du 80er Jahre Werbung von... Was haben wir denn hier? Von... Deutsche Markenbutter. Genau. Oder Dr. Oetker oder so. Und hier. Vanillepudding bestimmt auch. Aber müssen wir denn jetzt schon in die Werbung gehen? Nein. Achso. Aber ich merke gerade, ich habe... Ich müsste mich nochmal verabschieden. Ich habe das Rezept vergessen. Also Werbung wäre doch nicht schlecht. Ich muss noch mal nach Hause fahren und das holen. Achso. Ne. Das ist ja auch doof. Ne. Eigentlich geht das schneller, wenn du das so machst. Ja. Warte. Pass auf hier. Ping Ping. Ja. Hat ja funktioniert. Jetzt ist er weg. Und jetzt kannst du mal das Rezept holen. Ich kann mich nie bewegen. Wieso kannst du mich nicht bewegen? Ich weiß nicht. Aber jetzt darfst du dich... Du kannst dich ja bewegen irgendwie. Du musst ja... Meinst du Christi wieder hier hin? Stimmt. Weiß ich nicht. Ja. Pass auf. Wenn du genau auf diesen Spot jetzt Ping machst, dann dürfte es gehen vielleicht. Ping. Super. Scheiße. Oh. Ich glaube jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ne. Es funktioniert noch. Versuch es noch mal. Versuch es noch mal. Versuch es noch mal. Versuch eine andere rum. Horausicht. Horausicht. Ich finde nicht wieder. Sauberei. Hm. Du hast einfach nur dein Handy vergessen. Zuhause. Ja. Da war es einfach nur schnell. Wobei geht ja schnell. Nicht. Das neue schwarze Loch oder so. Ja. Das Glitzerloch. Hoffentlich halten wahrscheinlich. Voll scheiße. Ich werde meine Augen ausspülen. Ich hab das hier irgendwo. Boah, es ist alles drauf. Guck da nicht so drauf. Macht man nicht. Ich muss doch wissen, was wir hier tun. Ja, also. Ich hab schon mal nur das halbe Rezept abfotografiert. Das ist gut gewesen, aber das kriegen wir hin. Also, wir müssen... Wir mischen jetzt erstmal alles zusammen. So. Mehl. Alles rein hier. Ich sag dir das, genau. Kommen da Eier rein? Nein, da kommen keine Eier rein. Das... Das hängt mich jetzt mal interessiert. Nein, hier das ab. Das... Ja, das steht ja alles. Okay, warte, wir machen es anders. Bitte fülle die in eine Schüssel. Okay. Wir vermengen... In dem Wuchttopf vermengen wir den Teig, ne? So. Was hast du noch drauf? Ja. Sieht man die ganze Zeit in meinen Arsch. Äh... Ja, Hauptsache nicht deine Füße, ne? Aber er findet... Aber das steht doch auch da total bekloppt. Jetzt guck mal. Die Schale kann die wegpacken, ne? Ja. Ihr sollt ja auch da werden. Ah, danke. Ja, dann Prost. Prost. Ein Schluck Mandel bitte. Ach das ist ein Mandel? Genau. Aha. Ja. Und ich mach das immer so, dass ich einfach die doppelte Menge da rein knall, damit das nicht so... Also noch eine Tosse. Ne, das war schon die doppelte Menge. Wisst ihr? Und da ist schon wieder, ne? Das war schon wieder. So. Wenn man hier Regie machen muss, dann muss man auch mal hier... Hier ist der Topf. Hier muss das eingefüllt werden, damit das von der anderen Kamera auch eingefangen wird, ne? Wisst ihr? Da ist es einfach so, ne? Jetzt haben wir schon meine Kochshow übernommen. Wir fangen da noch weiter an faxen zu machen. Weißt du? Ja. Und ich zieh mich mal einfach. Ich dachte, ich zieh mich mal zurück. Kann ich gar nicht. Kann ich gar nicht. Sonst ist der Entruhuwabuhu. Boah, was haben wir hier noch? Vanille circa. Ah, mal hätte irgendwas sieben müssen. Scheiß auf sieben. Braucht kein Mensch. Machen wir da Puddingpulver rein? Sieben? Machst du das da rein? Ja. Aber wo ist man den Pudding nicht... Ach nee. Nein, nein, nein. Man macht ja keinen Pudding. Man hat ja keine Puddinggefüllung. Ist ja keine Puddingkipfel. Ist ja Vanille ohne Pudding. Nee, das machst du da mit rein, weil es schmeckt richtig geil. Ja, natürlich. Sieht noch gar nicht so geil aus. Ist aber. Okay. Belieb nicht. Ich kann gar nicht glauben, dass das alles ist, was wir brauchen. Ja, hier. Was ist denn mit dem Vanillezucker? Ja, mach Roman mit rein. Ich mach mal hier. Mach mal einfach rein. Für den süßen Zahnen mach ich mal rein. Für den süßen Zahnen, genau. Genau. Kommt da sonst gar kein Zucker rein? Ja, genau. Was ist das? Kommt überhaupt kein Zucker rein sonst? Doch, hab ich vergessen. Aber wo ist der denn? Aber doch, wir haben Zucker da. Ach so. Ist der da? Hier ist schon mal abgefüllt. Wir haben noch schon alles abgefüllt. Ja, das stimmt. Aber hier der Vanille. Guck mal, wie der ausseht. Aber das ist wahrscheinlich, weil das Bio ist. Das ist dann wirklich Vanille. Ach, das scheiße. Was ist denn Bio? Wer hat das denn eigentlich gekauft? Ja, weil das so braun ist. Ja, du hast gesagt, kauf irgendein scheiß Zeug. Genau das waren meine Worte. Vanille ist ja auch dunkel und nicht Vanillefarbe. Ja, 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 echt. Vanille scheiße. Schwarz. Schwarz wie die Haare von der Schi. Und jetzt kommt dann noch die Hälfte. Oder ein bisschen wie Schora. Aber gut. Jetzt kommt dann noch die Hälfte von der Butter rein. Die Hälfte? Genau. Du meinst die jetzt mit dem Handkampf schlacht, oder? Ja. Das wollen wir jetzt auf jeden Fall sehen. Und eigentlich, wenn das... Ich muss mal hier das Ocolypnik haben. Ja, ja, ja. Wenn das eine professionelle Butterpackung ist... Haben die eigentlich so Markierungen? Dann hast du doch hier immer so Markierungen. Aber das war die billigste. Deswegen ist das da nicht. Kann doch nicht sein, ey. Kann doch nicht sein, ey. Ich muss sparen. Ich muss sparen. Ich muss sparen. Die billige kostet nur noch 2,49 Euro. Nee, die hat unter 2 Euro gekostet. Das ist aber auch eine Frischheit eigentlich. Das ist eine Frischheit. Ah, Messer. Ja. Hier könnt ihr noch mal eine Schüssel sein, die total professionell aufgeräumt ist. So. Was ist das denn? Oh, geil. Fledermose? Das ist wirklich? Ja, das ist das Hordack-Zeichen. Ja, das ist eine Hordack-Stechform, Mann. Boah. Ernsthaft? Ja. Habe ich mir das aufgeräumt? Ja. Nein. Nein. So. Ja, für 2 Mark. Wenn es ein bisschen zu viel ist, ist es besser als zu wenig. Weil sonst schmeckt das alles nicht. Soll ich die Stücke... Soll ich das trotzdem noch mal kleiner machen, damit die schneller... Du musst halt ja gleich durchmischen. Mit was? Kommt da noch Milch rein? Nein, nein. Das war es dann tatsächlich. Ja, aber wie soll ich denn da eine Masse rauskriegen? Kneten? Ne. Du siehst das, wo meine Hände heute schon gut waren. Aber guck mal, hier ist doch... Guck mal, hier gibt es doch... In diesem Haushalt gibt es ja auch nützliche Dinge. Gibt es nicht nur wir, da gibt es auch... Nein. Den Rührbesen. Nein. Das glaube ich nicht, dass das vom Minister ist. Ohne Scheiß. Ist das der gesuchte Schneebesen? Nein. Der ist immer noch weg. Der ist immer noch weg. Und den gab es auch. Aber irgendwie hat die Regie heute gar keinen Bock mit dem Publikum zu diskutieren, weil man sieht immer nur deine Haare. Genau, hochkonzentriert. Achso, ja, weil hier ist ja die Kamera... Guck mal, hier. Da sieht man... Vielleicht sollte ich mir die gleiche Frisur machen, dann ist das einfacher. Stört euch doch nicht, dass ich jetzt... Nein, das stört nicht. Ihr müsst das ja nicht essen. Jetzt weißt du mal, wie schwierig das ist, wenn man das hier so macht mit dieser Handcam, Flycam, whatever. Wenn du das machst, drehen wir uns aber öfter mal ins Bild, ne? Das werden die Leute jetzt wieder bemängeln. Es tut mir sehr leid. Ich werde mich öfter ins Bild drehen. So, ja. Ist das so in Ordnung? Ich mache jetzt hier die Pinöpels rein. Könnten Sie bitte nochmal drehen? Schön langsam. Auf dem Drehteller? Ja. Auf dem Drehteller? Auf dem Drehteller. Auf dem Drehteller. Auf dem Drehteller. Auf dem Drehteller. So, jetzt hast du die Butter schon fertig, ne? Ja. Ja, geil. Boah, weißt du, was ich früher als Kind immer gemacht habe? Was? So in die Butter reingepießt. Ernsthaft? Ja, bist du eklig. Ich habe da wenigstens noch Salz drüber gemacht vorher. Ja, später glaube ich oder so. Ich habe die einfach aufs Brot gemacht, ich war da so ein bisschen langweilig. Oder Roggenbrötchen. Dick Butter drauf, dann Salz drauf und dann Kaffee mit ganz viel Milch und Zucker. Und dann immer so eintunken. Ernsthaft? Das habe ich als Kaffee gemacht. Aber das mit Salz. Das erklärt gerade so vieles. Ich habe es jetzt gerade nämlich auch realisiert. So, ich sage Kaffee als Kind. Darf ich mal deine Eltern anrufen? Ja, mach das hier vor allen Dingen. Naja, okay. Äh, ja, dann. Ich finde das so hekliger, ein Brötchen mit Butter in Kaffee reinzusetzen. Das ist geil. Ey, das ist aber voll geil. Das ist... Für wen? Ich weiß nicht, ich kann das heute noch essen. Das muss ich mal wieder machen. Aber ich habe keinen Kaffee daraus. Ich trinke keinen Kaffee. Das ist ja schön, ich kann die ganze Zeit filmen und einfach trinken. Dann sag nicht in meine Haare. Nicht in meine Haare. Da muss ich echt aufpassen. Mach du das. Wenn ich mich hier skalpiere, schalze. Boah, warte. Stärkt mich hier. So. Ich... Jetzt gerade bin ich irgendwie auch etwas... Das muss auch... Wie heißen die Stäbe denn? Das sind... Rühestäbe. Und das hier sind... Rühestäbe. Nein. 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 Stopp, stopp. Falsch, falsch. Das sind Knethaken. Das sind Rühestäbe. Knethaken, war das? Knethaken, ja. Aha. Ich glaube, ich habe früher mit meiner Mutter auch immer gebacken. Ich finde das übrigens total nett, dass ich auch ein Bier gekriegt habe. So wie ihr immer, wenn hier gekocht wird. Mir wird sich wieder gut gekümmert. Amnesty International. Boah, Regime. Boah, und das ohne Stab. Was war das Bier da? Ja. Krass. So, ich mach mal her. So, ja. Warte mal. So. Soll ich das halten? Boah, Alter. I have the power. Ja, ich mach erstmal so. Ich, ich würde ja behaupten, dass das irgendwie... Da muss doch noch eine Flüssigkeit rein oder ein Ei oder irgendwas, oder? Nein. Ja, ich dachte auch so ein Ei irgendwas. Das staubt doch leicht. Das ist viel zu wenig Butter. Ne, der Topf ist scheiße. Ja, ja. Da kannst du dich nicht drinnen rühren. Man muss das eigentlich richtig kneten. Das ist ein schmales Gefäß. Und der Bademeister nicht schwimmen kann, dann liegt es an der Badehose. Ich wollte das vermeiden wegen meinen langen Fingernägeln, weil ich das immer scheiße finde, aber ich... Warte halt doch mal, wie lang die Fingernägel sind. Interessiert die Leute wahrscheinlich auch. Ja, die sind schon ein bisschen länger. Sehr lang. Aber sauber. Ja, gut. Das dauert... Das tut doch nichts. Ich mach das jetzt. Guck doch mal. Ach du Scheiße. Sollen wir jetzt in die Werbung gehen, bevor ihr bis ihr das geknetet habt? Einfach mal doof anstellen, heißt der? Ja. Achso. Ja, das ist der Trick. Männer, wenn ihr zusehen, das ist der Trick. Das geht doch nicht. Das musst du mit den Fingern machen. Ja, mach das auch. Mach das auch. Genau. Stecker raus, bevor der Minister damit spielt. Lass mir aber vorher die Hände, sonst gibt es hier Hate Speech. Ich hab doch gerade auch... Ich hab doch gerade auch nicht die Hände gewaschen. Ist doch völlig okay. Ist doch egal. So, zumindest einmal so angeholt. Mal kalt mal wieder rein alles hier. Das brauchten wir nicht. Ja. Super. Was aber auch ist von der Menge her nicht so gut. Ja, du hast ja auch doppelt so viele Mandeln. Das kann jetzt gar nicht funktionieren. Ey, du bist voll schlau. Hier manchmal. Schau, dass du das Gesicht jetzt nicht drauf hast. Ja, ich dachte mir, die Leute finden das so ein bisschen erotisch, wenn sie damit mit ihren Händen in dem... Ich glaub nicht. Ich find das ehrlich gesagt ziemlich unerotisch. Aber mach mal mehr Butter raus. Aber, aber, du weißt doch, die Frau mit dem Gesicht im Toast. Ja, das mach ich auch mal. Die Frau, die sich das Gesicht in die Brote reindrückt. Ich hab das aber noch nicht gesehen. Das sehe ich nicht. Ja, 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 Mann. Warte mal, ist das... Oh, ja, das... Das hilft. Das mehr, das wird... Das ist die Antwort. Die kleinen Stücke werden doch schneller klein, Mann. Ich hab hier Eingriffe, ey. Hätt' dir mal die hier einfach warm machen sollen, Butter? Weißt du was, wenn du hier Alfred Biolek bist, dann mach das doch alleine. Ja, dann muss ich aber hier was anderes trinken, ey. Nein. 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 Immer mit dem Wein und so nach der zweiten Flasche wird's lustig da in dem Kopfstudio. Jetzt haben wir aber hier eine Dreiviertelpackung, ne? Ja, warte, lass, 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 lass. Erstmal jetzt, ich glaub jetzt... Boah, das ist voll die körperliche Höchstarbeit hier. Ja, deutsche Marke, Butter ist okay. Ich bin mal gespannt, wie die Leute meine Kameraführung bewerten irgendwie. Die ist auch heute ein bisschen... Was hast du denn jetzt gemacht? Boah, du bist... Butter, jetzt kannst du den Rest reintun, ich will nicht mehr. Boah, willst du noch einen Schluck Kaffee dazu? Aber mir geht's ja eh nicht. Warte, komm, mit Zucker geht auch. Was, 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 was machen wir denn jetzt da gerade? Ich knie's immer noch. Mal gucken mal jetzt, sieht doch so ein bisschen schon nach... Ja. So ein bisschen nach Watt aus. Ja, weil irgendwie... Doch, das ist... Das ist alles so richtig. Ja. Und jetzt, äh, ja, dann, äh, guten Hunger. Ja, Leute, mit Butter ist alles in Butter. Scheiße. Mh. Ob nur Scheiße oder fettige Scheiße. Obwohl Brötchen mit Dickbutter und Zucker ist auch geil. Was? Wir hatten ja damals nix. Ja, offensichtlich. Das haben wir als Kinder aber auch gegessen. Haben wir auch bei Eltern euch... Ne, und, äh, dick, äh, so ein Graubrot mit Rübenkraut drauf. Das ist geil. Und dazu, äh... Und dazu, äh... Und dazu, äh, eine schöne heiße Tasse Winterbrühe. Und jetzt wird's schon wieder abartig. Ja, das ist so. Ja. Ja, äh, aber guck mal hier... Ja, äh... Aber ey... Jetzt wird Schmarrer. Kann sie? Ja. Regie, moderieren Sie jetzt. Das hat sie nicht das erste Mal gemacht. Ihr habt mich ja gerade vom Vanillekipferlbacken von zu Hause weggeholt. Wenn der Ofen noch an ist. Seid ihr schuld, wenn... Ja, bis dahin bist du wieder zu Hause. Wenn die Batterien natürlich noch im Zauberstart funktionieren. Ja, wir haben nur noch 26 Minuten hier. Ähm, aber ich denke, wir gehen einfach mal in die Werbung. Guck mal, ihr weiß. Und dann, dann seht ihr auch... Muss der noch aufgehen? Muss der noch aufgehen? Der zeigt, oder was? Kann euch so lange an meinen Bauch zeigen. Ne, lass mal. Der kann auch aufgehen. Ja, der kann auch aufgehen. Ja, der kann auch aufgehen. Ha, 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 ha. Ja, aber die müssen auch mal in Korn angebracht werden und so, oder nicht? Ja, was passiert da? Ne, wir bringen das gleich so in den Ofen und dann ist doch gut. Was, so? Ja, schön. Einen Vanillekipferl. Ja, reicht doch. Den teilen wir uns dann. Ja, gut. Kannst du für die Jesus-Geschichte teilen wir nicht das Brot, sondern den Vanillekipferl. Das ist ja Weihnachten. Achso, hier ist ja auch Weihnachten. Das ist auch meins. Aber ich muss ja hier arbeiten, weil du nichts machst. Ja, warte. Dann flöß mal ein. Das gibt mir ja Sauerei, wenn ich das mache. Ja, das könnte auch so ein T-Shirt-Contest werden. Das bringt bei schwarz aber nicht so viel. Ja, das stimmt. Scheiße, ja. Du könntest dann aber Blitzlicht anmachen. So. Ah. So, na guck mal. Guck mal, was ich da rausgemacht habe. Das ist doch schon eine He-Man-Kraftgelche. He-Man-Kraftgelche. Jetzt mal so reine Mitte und ein bisschen Hack drum und dann läuft die Nummer. Ja und jetzt gleich hier ausrollen oder wie oder was? Hast du schon mal in deinem Leben Vanillekipferl gemacht? Ja, als ich Kind war. Ja. Seitdem ich den Pullover habe. Damals. Aber der war zu groß. Aber können wir nicht die Hordak-Form einfach nehmen und das ausstechen? Nein. Nein. Wäre doch voll geil. Und ich mache dir ja auch... Hordak-Vanillekipferl. Ich fresse schon hier. Und eigentlich werden so Vanillekipfer ja immer so Mikros so klein gemacht. Aber ich mache die immer ganz groß, weil das viel besser ist. Zeig das doch mal in die andere Kamera, damit die Leute das auch sehen. Welche sind die da? Oh Gott. Die von der Decke filmen. Von der Decke filmen. Das müssten wir auch noch mal einbringen. Da muss ich hier noch Stangen fester. So und jetzt machst du da einfach so ein Hörnchen. So ein Hörnchen. So ein Hörnchen. So ein Hörnchen. Und das war es dann. Mit der Herrlichkeit. Ja, wir nennen es mal Banane. Ja sowieso. Ja. Marzipan. Aber die können sogar noch ein bisschen größer sein. Ich mag das nicht, wenn die so... Ich mag das nicht, wenn die so klein sind. Ja. Wir hätten auch noch den Ofen vorheizen können. Ja, das machen wir nämlich jetzt. Wir äh... Pass auf. Jetzt übernehme ich hier einfach mal wieder die Moderation. So. Jetzt müssen die Leute hier auch mal... Was? Jetzt muss hier auch mal... Guck mal. Jetzt übernehme ich das wieder einfach. So. Guck mal. Äh... Wir bereiten die jetzt vor und machen die da so fällig. Auf der Dinge bereiten den Backofen vor. Wir müssen das doch... Was? Das müssen wir doch auch alles zeigen. Ja was? Das muss man zeigen. Wir gehen jetzt erstmal in die... Nein, wir gehen jetzt in die Werbung. Ich muss aus dem... Ich muss auch pissen. Tschüss. Sanella. Jetzt im neuen praktischen Format. Backen ist Liebe. Sanella ist Backen. Ja, PING! Ja, PING-e-ling-e-ling ey. Weißt du? Jetzt habt ihr das schon geklacht. Jetzt sagte ich, lass ich euch mal machen. Aber... Ne. Der geht ja auch mal nicht. Kannst du dann auch nicht haben. Ne. Kannst du dann auch nicht haben. Ne. Oh nein. Die beiden haben viel zu viel Spaß. Ich möchte mitmachen. Ja. Warte, danke. Wenigstens einer. Wenigstens einer. Ja. Ja. Ein Kirschlund wieder ey. Ja klar. Du hast schon die letzten 20 Minuten... Du hast doch schon den Teig so aufgegessen. Ja. Die Sache ist die... Guck mal, hier hat er nämlich reingepissen. Die Regie... Die Regie hat hier schon einen schönen vorgebaut. Schon den Referenzklumpen gemacht. Und jetzt müssen wir aus diesen Klumpen weitere diese Teile formen. Ist das korrekt? Ja. Das ist korrekt. Okay. Aber ich möchte auch, dass die genau gleich sind. Und das muss schon vernünftig sein. Weil das Schlimmste bei Vanillekipferlen ist, wenn die trocken sind. Das ist richtig scheiße. Ne. Wie viel davon soll man denn nehmen? Ja, so viel das hat. So viel ist wie der andere. Ja. Ich weiß nicht doch. Wie hast du das denn jetzt gemacht? Der hat direkt schon eine Bratwurst gemacht ey. Wieso? Ja, ne. Aber mach das mal ein bisschen flacher. Druck die mal. Ja, den drückt man... Entschuldigung. Kann das nicht, Alter. Dann drückt man den so ein bisschen hier flacher. Und ich finde, der ist jetzt nicht so viel anders wie... Nicht so perfekt wie meiner, aber ich kann es akzeptieren. Ja. Ach Scheiße. Gerade war der gut ey. Gut, dass du nicht filmst ey. Doch, klar. Der war grad voll gut. Der war grad voll gut. Der ist genauso bei den Kraftbärchen ey. Der ist genauso bei den Kraftbärchen ey. Alter, das geht nicht die Scheiße. Mach die Bratwurst. Ja. Stehst du auf Bratwurst? Ja, du machst das jetzt aber viel zu groß. Jetzt ist das aber bald gehen. Ja, das ist nicht zu viel. Ich hab doch als Kind Knete gespielt. Warum kann ich das denn nicht? Hast du Knete früher gehabt? Ja. Play-Doh und so. Oder so ne Knete... Fabrik. Das ist doch kein Ding. Da konntest du oben reinkloppen und unten kam die Wurst raus. Also eigentlich wie... Ach so. Es gab mal so ein Haarstudio ne? Von Kenner. Jaaa. So, da hab ich richtig gemacht. Das ist doch scheiße ey. Ja, da ist jetzt ein bisschen... Ja, okay. Mach das mal einfach so. Was denn? Was denn? Alter! Wir geben hier alles. Gibt's da keine Ausstichformen für? Ich hab schon wieder viel zu viel, glaube ich. Jetzt guck mal da. So, hier, da. Dann kannst du hier auch... Guck mal hier so. Set. Das ist doch wunderschön. Nein, das ist doch wunderschön. Ich bin ganz stolz auf euch. Ich weiß jetzt schon, dass meine voll auseinander... Oh, guck mal, der geht jetzt langsam. Ey, der ist gut. Oh, da geht's mal ohne Scheiß. Ein bisschen flacher noch drücken, dass die auch... Ja, aber der kriegt hier schon Risse an der Seite ran. Später. Das ist ja sozusagen hier auch ein Double Feature, ne? Also, ihr kennt das ja immer. Wir kochen erst oder heute in dem Fall backen wir erst. Das ist ein Bummerang. Und, ähm... Was möchtest du denn unterlegt haben mit Blümchen? Bei der Verköstigung gucken wir uns dann natürlich einen Film an, den ihr auswählen könnt. Ey, ich krieg ja schon eine Vollkrise, wenn ich seh, wie ihr das aufs Blech legt, ne? Was denn? Das macht man doch in der Reihe... Boah, da kriegt man ein innerer Monk aber direkt einen Anfall. So, das ist ja alles schön hier. Ne, ist nicht schön. Australische Bummerang. Hier, Bummerang. Der kommt mal zurück. So. Was ist das denn jetzt mit Scheiß? Ne, aber das Konzept ist ja... Das Konzept verbindet ja zwei Formate. Erst wird hier gebackt oder gekocht, je nachdem. Gebackt. Gebackt oder gebacken. Gebacken, gebacken und gekocht. Und dann wird das ja verköstigt und ein Wunschfilm angeschaut. Den konntet ihr wählen, aber das ist ein anderes Video, wenn ihr wissen wollt, wie das ausgegangen ist. Meine Hüter! Junge, Junge, das ist aber ganz schön spannend. Kann ich schon mal spoilern. Zwei von drei Personen haben Sprechverbot. Und dürfen nicht mehr nebeneinander sitzen. Muss ich euch wohl alles alleine erzählen. Ne, ich glaub das sind wir beide. Ach so, weißt du. Ja, aber man muss ja mal ehrlich sagen... Es gibt ja gar nichts mehr jetzt hier. Die Lasters Wunschfilm-Folge, die ich euch auch sehr ans Herz legen kann, die ist ja tatsächlich... Das ist das meist geguckte Wunschfilm-Video auf unserem Kanal. Ja. Oh mein Gott. Ich weiß nicht warum. Ja. Aber wahrscheinlich genau deswegen, weil hier das Chaos einfach regiert. Das ist ja... Alter, das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen, Alter. Ich schwör dir, Alter. Aber guck mal, genau ein Blech. Ja. Haben wir hier ein schönes... Vorigen Gestalten. Hätten wir die schön angeordnet halt und so, dann wärs wahrscheinlich nur ein halbes Milch. Rechtfertige Rüchte, dann schont sich doch. Aber liebe Regie, was müssen wir jetzt machen? Vielleicht die Vanillekimperle in den Ofen schieben. In den Ofen schieben. Wie lange müssen die da verweilen? 10-15 Minuten. Okay. Dann können wir noch mal Klingel-Demelin machen. Und schloss die Flasche ausladen von der ganzen Butter. Ja. Oh, da hab ich auch gerade gemerkt. Ja. Dann machen wir noch Klingel-Demelin und gehen in die Werbung und dann gehts weiter. Klingel-Demelin. Galetta. Der Puddingcreme von Dr. Oetker. Galetta. Einfach in die Milch hinein. Galetta. Ohne Kochen. Galetta. In einer Minute fertig. Galetta. Klarer Fall. Galetta von Dr. Oetker. Ja. Ja, dann sind wir wieder zurück. Jetzt wieder. Ach guck mal. Ganz schön klein der DSD. Du auch hier? Ja. DSD ist aber ganz schön geschrumpft. Und hat Haare gekriegt. Ja. Ich wollte jetzt nicht sagen. Hübscher aus. Aber naja. Trotzdem. Küsse und Grüße an den DSD. Aber die Regie hat ja heute hier auch so ein bisschen die Moderationskarte in der Hand. Was machen wir denn jetzt? Ja. Die Vanillekipferl sind ja fertig. Ja. Kann man auch hochheben. Das ist gut. Ah guck mal. Geht jetzt. Oh nein. Ich hab's schon kaputt gemacht. Und jetzt ja weiß ich's. Also die anderen, die nicht kaputt... Den kaputten nehmen wir auch. Die machen wir jetzt noch schön im Puderzucker. Und ich hab ja noch was mitgebracht. Ein bisschen Glamour. Ein bisschen Glitzer kommt da noch rein. Ein bisschen Glamour. Ein bisschen Glamour. Ein bisschen Glamour. Wir sind ja auch so ein bisschen Germany's Next Topmodel. Die würden so kochen. Backen. Oder? Nein. Die würden da Watte in Orangensaft tunken und Kastan essen. Ein Gorminister als alter Hiphop-Panner. Schön Blink-Blink-Alter. Ja ja. Blink-Blink. Ah ja ja. Aber weißt du was ich noch nicht gemacht habe? Ich hab noch nie probiert wie das so schmeckt. Vielleicht ist das ja auch richtig ekelhaft. Und das ist scheiße. Das schmeckt bestimmt nicht die Schweiß. Das ist pures Gold. Und das auf die... Ne. Auf der Handfläche. Ja. Ja. Du kattest es dir auch. Darf ich auflegen? Ja. Darf ich von deiner Hand runterlegen? Das verlange ich sogar. Jetzt geht es ab hier alter. Relativ neutral. Okay. So fängt das übrigens auf YouTube an. Weißt du? Demnächst ist mir das ja nicht mehr auf YouTube. Ne, ne, ne. Ich hab dann so ein zweiter Kuss. Ja, ja. Komm, nächster Kuss auf. Overcome, overcome, Alter. Prost, Alter. Was? Wir müssen jetzt mal hier ernst bleiben. Ja, macht mal. Das ist ja noch schlimmer, wenn wir das machen, als wenn wir das machen. Ja, ihr wolltet das doch so. Das stimmt. Hm. Wo kommt das denn her? Und das ohne Zauberstab. Und das ohne Zauberstab. Ah, 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 ah. Weil wir ja gerne Sachen aufbrauchen. Aufbrauchen. Habe ich hier mal das Puderzucker mitgebracht. Das Halbepaket. Ne, irgendwie. Das war das, was immer daneben gefallen ist beim Puder. Du hast ja wieder reingekehrt so. Aus dem Besen. Ja, genau. Das kann man wieder hier sehen. Das ist ja gut. Ich weiß nicht, ob das heißt für alles. Ja, das kann man dann da machen. Du kannst doch mal die Bands hinten abfilmen. Das war ein schönes NRW-Desfest. Das NRW-Desfest gibt's nicht mehr. Ich bin sehr traurig. Scheiße. Hast du's hier auf den Boden geworfen? Ich hab's getroffen. So, dann shaken wir das hier mal so ein bisschen. Ich wollte das jetzt mal... Ja, shak mal den Puderzucker. Das ist super. Oh, irgendwie ist das aber auch... Ich hab Bock. Was stimmt denn mit dem Typen nicht? Ja, weiß man nicht. Alter, ja auch mit dem Chili-Pulver schon. Du weißt, das ist ja ekelhaft. Das könnt ihr aber beim DSD sehen. Da müssen wir mal ein bisschen diggen. Ihr solltet dem Minister vielleicht mal Schnupftabak schicken. Ich fang jetzt einfach an, weil... Boah, ich steh voll auf Schnupftabak. Ich steh voll auf Schnupftabak. Ich find das mega. Ja, das wird ja spaßig. Hier der Kunz von Rock'n'Roll Rex. So, jetzt packen wir hier nämlich die Vanillekipfel in den Puderzucker. Achso, ja. Wir waren ja eigentlich bei einer Kochsendung. So. So. Hier werden wir jetzt... Aber guck mal, das ist jetzt schon kacke, weil die eigentlich schon zu... Gegenteil von warm zu kalt sind, so. Ja, ach. Ja, ja. Gegenteil von warm ist ungeil. Ja. Ja. Das ist korrekt. Ja. Das Ding ist... Da... Da muss man so ein bisschen... Du hast ja eh eine Nachfrage. Boah, das muss man jetzt bei allen Dingern... Das ist immer sehr viel Arbeit. Bei allen? Sag mal, hast du denn früher auch immer den Teigtopf dann ausgeschleckt? Ja, Mann. Natürlich. Das ist eine ernsthafte Frage. Wer hat das denn nicht gemacht? Jedes Kind auf jeden... In jedem Land, auf jedem Planeten... Weißt du, was man machen könntest? Anstatt zu labern? Ja. Du konntest immer Glitzer drauf machen. Ja. Komm, mach doch mal du Einohr, ey. Richtig. Haben wir letztens noch geguckt, das letzte Eindruck. Geil. Ja, Mann. Nach wie vor einen schönen Film. Da können mich die Leute auch alle für gay halten. Aber ich finde den total gut. Das ist ja super. Kann man hier schön... Christopher Lee, Alter. Der spricht sich sehr in Deutsch. Ja, 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 ja. Kannst du mich mal eben hier enthaaren? Ich hab da was hängt. Oh, ja. So. Einmal mit dem... Christopher Lee als... Huch, da ist sie wieder. Ja, als König Haggard. Ja, genau. Ja, 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 ja. Und der rote Stier rannte dicht hinter ihnen. Hab ich 1982 im Kino gesehen. Echt? Ja. Jetzt hängt ja da schon wieder. Meine Wimpern sind zu lang. Mach mal weg noch. Ich hatte... Noch mal hinter das Ohr... Ich hab das im Kinderkino gesehen. Tatsächlich den Film. Ach, den Kindergarten auch. Ne, ne, im Kinderkino in der Jugendfreizeitstätte Eichlinghof. Ach, die hatten da eine Jugendfreizeitstätte? Ja. Ja gut, das war ja dann Mitte 90er, ne? Ja, ja. Jetzt weißt du... Jetzt muss auch... Nein. Und da gab es für sehr wenig Geld, hat man da Eintritt bezahlt. Das geil. Und die haben den wirklich noch vom Projektor geöffnet. Ja, geil. Oh, scheiße. Und jetzt können sich die Leute ja schon eins zu eins zusammen reiben, ne? Ist halt nicht Spotify. Na ja. So, ich mach hier mal Glitzer. Glitzer, Glitzer. Ja, mach richtig schön drauf. Oh, Glitzer. Das sieht man da ja auch, ne? Ja, weiß man ja auch. Aber guck mal, da hab ich doch dann, durch das wir das geguckt haben, das letzte Einhorn, mein Kindheitstrauma tatsächlich aufgearbeitet. Weil ich... Vielleicht war ich da, als ich den das erste Mal guckte. Du hast... Du hast Dings in den Haaren. Nein, hast du nicht. Ich hab überall... Das ist alles von der Haare hier. Ja. Ich hatte da richtig Schüsse. Ja, die kam, diese Hexe und so die... Und dann... Ey, monatelang hab ich richtig schlimme Albträume gehabt. Das war ganz, ganz fürchterlich. Und bis ich erwachsen war, genau wie mit Friedhof der Kuscheltiere, hab ich auch erst wieder geguckt mit... Ich bin ja jetzt 27... Ich bin ja jetzt 27... Ich bin ja jetzt 27... Es gibt Leute, die haben dich schon totgepudert, ne? Ja, da kommt die... Ja. Dann mach doch die... Ja, aber das ist ja krass. Du Schlau Fuchs. Wenn man dann nochmal, ne? Den jetzt auch in Ruhe gucken kann. Ich hatte da wirklich richtig Schüsse vorgehabt. Ich nehm schon wieder die falschen Biere. Ich hatte da richtig, richtig Angst gehabt. Und dann haben wir den zusammen geguckt und äh... Da ging das, ne? Ich hatte immer noch Angst, aber das... Ich? Ich hatte wirklich bei der Szene, ich fand das immer noch schlimm irgendwie. Krass. Was ich sehr gruselig finde, ich hab immer angefangen mitzusingen bei ihrem Scheiß. Echt? In the last Siegel. Das ist auch voll schön. Ja, ja. In the last... Ja. Aus den Augen raus. Danke. Großminister war nämlich früher Friseur. Ja, das wissen auch wenige. Ich war ja beim CIA auch. Aha. Ja. Da guckt der jetzt alle. Ähm. Aber das ist eine lange lange Geschichte. So lange her. Ja. Ja. Deine Team Wallraff äh... Ja. 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 Gibt's da eigentlich nicht auch so... Aber ich muss doch gucken, was ich mache. Ja, du musst... Aha. Das ist ja das Geschick dann da. Gibt's nicht so Kipferlmännchen oder so? Da gibt's doch bestimmt sowas äh... kulturelle Männchen, oder? Ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Aber dann hat das ja nicht so mit mir gefall. Warte. Ich muss dir die Kamera mal eben so weg. Das ist natürlich doof, wenn ich immer nur diesen Part hier so filme. Alter. Ja. So. Erzähl doch mal ein Indie-Kamera. Wo lebe ich eigentlich jetzt? So. Und die Sache ist... Wo du lebst, ich frag mich wo ich... Ich kann hinter der Kamera sein, ich kann vor der Kamera sein. Der Typ, der gerade das Ganze filmt und die Regie, wenn die zusammen... Ey, vorbei. Aber ganz ehrlich, das hast du dir auch selber rausgesucht. Ja, du wolltest das so. Du wolltest das so. Da sind wir bestimmt nicht schuld. Ja, das ist richtig. Wenn man Mentos und Cola zusammen in eine Flasche kippt, dann muss man sich nicht wundern, wenn das explodiert. Macht's kaputt, was euch kaputt macht. Ja, und das ist nämlich genau immer der Faktor, der hier passiert. Diesmal war ich halt auf eingesteckt. Nee, machst du nicht? Doch, ja, nee. Nicht so. Dann übernehmt doch die Kochshow, dann macht ihr doch die Regie und... Und dann geht's den ganzen Scheiß. Ja, und dann machen wir das und dann ist auch nicht richtig, weißt du. Dann ist wieder falsch. Ihr seid so lustig, keiner will mich mehr wehen. Ihr seid so lustig. Ja, genau. Wer will denn hier lustig sein? So, jetzt zeigt er das da. Ja, klar. Wir holen richtig Glamour. Glamour, Glamour, Glamour. Das ist ja so... Germany's Next Topfkipferl, ja. Doch, obwohl Topfkipferl ja benutzt, Topfkipferl ist ja richtig. Guck doch mal hier bitte, wie schön das gelimmert. So sah es da raus. Schön. Gar nicht fertig, ne? Guck mal hier. Vor allem, das sieht der Minister ja aus uns nicht, ne? Das direkt hier, alles wird gecleant. Das ist... Doch, das ist ja auch nicht. Echt? Doch, wenn wir gekocht haben, haben wir auch schon... Ja, aber dann haben wir ja gesoffen. Das hast du dann vielleicht danach gemacht. Ja, auch. Vielleicht das auch für eine grobe Lüge, aber lass uns mal... Naja, aber... Aber, äh... Frau, liebe Regie... Ja, hier bin ich wieder. Äh, hier, kommen Sie mal hier. Was? Äh, ist das jetzt... Das fängt schon wieder mit Gewalt an. Ist das jetzt... Immer dieses... Ich hab aus Versehen weh getan. Immer wird dasselbe und keiner kann dafür. Ist uns jetzt fertig, die Nummer? Ja. Die musst du jetzt so ein bisschen abkühlen, ne? Ne, ist ja schon kalt. Ja, aber können wir nochmal in die Werbung gehen jetzt? Und dann präsentieren wir das? Präsentieren. Präsentieren. Das sind aber schon ein bisschen... Hol die Präsentier... Präsentierer raus. Die Kipfer, bitte. Ist ja auch schon ein bisschen Bier die Roh. Ja, du. Und dir. Ja, dann gehen wir nämlich jetzt nochmal in die Werbung. Und dann... Oh, 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 oh. Und dann weiß ich euch, dass wenn es fertig ist. So, jetzt Werbung hier. Tschüss. Sanella und ich, das perfekte Team. Och neee. Sanella hat's gebracht. Ne, lass mal. Ganz toll hat sie's gemacht. Sanella, ideal zum Backen, Braten, Kochen. Wundervoll. Ne. Zack, da sind wir zurück. Hier schön alles eingepudert. Alles schön gemacht. Alles wunderbar. Hier kann man das auch ganz wunderbar sehen. Ich finde, das sind wirklich ganz hervorragende Vanillekipfalen. Also ich finde den Glitzer auch echt schön auf dem Teck. Ja, 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 ja. Also da hat ihr... Hier übrigens auch. Jetzt müssen sie sich schon zusammenreißen. Sonst müssen sie nicht ihr Lachen ausbrechen eigentlich. Nein. Aber ist doch... Nein. Einfach schlechte Luft hier. Wir machen das einfach kurz. Wir drei wünschen euch jetzt fröhliche Weihnachten. Genau. Merry Christmas, Sufmas. Oh, das finde ich gut. Merry Christmas. So, und in diesem Sinne, ich wünsche euch schöne Weihnachten. Ich wünsche euch auch einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht. Je nachdem, wann ihr das seht. Und ihr könnt jetzt was? Kekse essen. Genau. Und euch mit lieben Menschen umgeben, Alter. Und abschalten. Aber heute machen wir nicht abschalten. Heute machen wir wieder Pingelingeling. Und... Ja, abschießen oder was? Tschööööö. Ja, 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 ja.